Ich hab kein Handy. Gib mir ein Handy, bitte. Danke, Aurora Kingston. Mein Name ist Kiri. Nein, das stand Aurora Kingston. Ah, jetzt weiß ich, wer das war. Ach so. Ja gut, wer ist das? Das ist dein Name, meine ich. Das war Steinkl. Ich hab hier mein Dings 25.000 Euro Handy in der Hand. Sag mir jetzt die Nummer. Ich drück auf Anrufen, das geht weg. Was ist das? Hä? Wo ist das UI jetzt hin? Tür auf BIP selber, funktioniert alles. Ja, perfekt. Super. Bei mir ist Dings verbuggt. Ich sehe das Handy nicht. Was ist das? Wie? Verbuggt. Jetzt tu doch nichts. So, lass mal OC reden kurz. So wie alle hier. Ew, und Schilex, was ist denn das? Es hat einen Bug. Bleib mal kurz stehen. Guck mal, ich kenne einen Streamer, der hat gesagt, wenn man so rumläuft, wo man so ein bisschen was sieht, das ist Huriskeit, Digga. Das hat ein ganz großer Influencer mal gesagt. Das ist ein Huriskeit, Digga. Wer so das Outfit trägt, ist ein Huriskeit. Hab aber nichts gesagt. Nein, nichts ist. So, ich geh jetzt. Okay. Tschüss. So, jetzt.